Jo, vom Corona-Song geht ins Fitnessstudio, Alter. Vor dem Pumpen ein bisschen Essen, Alter. Ist gut? Muss sein. Vor dem Essen trainieren ein bisschen Suppe, schön heiße Suppe. Mit Banane. Und dann schön pumpen, Alter. Das Plautzi-Style. Das hilft auch gegen Corona, das ist ein guter Impfstoff gegen Corona. Präventiv. Boah, das schmeckt geil, Alter. Das ist für Selbstmordung. Ja. Ja, ja. Kein Pulver. Schmeckt gut, Alter. Es gibt Kraft. Ohne ist auch schön warm, also. Perfekt. Ja, mach's. Fitnessstudio. Privat, wie viel kostet es im Monat? 50 Euro? Ah, wie du magst. Ja? Puffi. Je, je. Ich bin dein Vater, der jetzt verbiss ich auf dem Zimmer, Junge. Yeah. Yeah. Oh. Hast du wir mit Geld, ich kaufe ein Kreis? Epic und flissig. Ja. Ja. Wie viel Kilo sind das denn? 70, ne? Ja. Ja. Ich glaube 80, die Stange liegt ja zwang. Und wie viel hat der Tyson gedrückt? 150? Weiß ich nicht. Nee, du trägst, warte. Wie viel trägst du? Ja, du trägst 70. 70. Aber auch gut. Ich glaube Tyson hat 150 gedrückt. Wie bewegt der Wichser da? 120 Kilo hat er gedrückt, ne? Ja, der hat abgenommen. Tyson gegen Johnny Chute. Nee, der hat zugenommen, nigga. Nee, Tyson hat abgenommen. Ehrlich? Ja, ja. Der hat selber gesagt, dass er abgenommen hat. Ja, boah. Und hier, Maradona. Der Bart von Maradona, ne? Argentinier. Ich sag mal nix von Patricks von dir, ne? Bis dahin, meine Freunde. Schaut einen bei TV-Plaus her. Der Kanal für die echten Männer gegen Corona, gegen Hysterien, gegen Paniker. Peace, hau rein.